Hier müssen wir mit Hilfe des Taschenrechners den Zähler und den Nenner des Terms ausrechnen und dann noch den ganzen Term. Wir empfehlen euch den TI-30XS Multiview. Den könnt ihr in jeder Papeterie kaufen und möglicherweise findet ihr ihn auch in der Migros im Coop oder bei einem anderen Detailhändler. Ihr könnt ihn aber auch bei taschenrechner.ch abstellen. Wir lösen die Aufgabe mit einem Tool, das den Taschenrechner auf dem Computer simuliert. Links sieht man den Taschenrechner, rechts oben ist der Bildschirm in einer grösseren Version dargestellt und rechts unten sind alle Tasten, die wir der Reihe gedruckt haben, aufgelistet. Damit du auf dem Taschenrechner das Gleiche siehst wie wir, müssen wir die Einstellungen vergleichen. Ich drücke dazu die Taste Mode. Jetzt wählen wir mit den Pfeiltasten in der obersten Reihe DEG aus und mit den Enter-Tasten bestätigen. Dann gehen wir mit den Pfeiltasten eine Zeile weiter runter und wählen dort Norm aus. Wir bestätigen wieder mit den Enter-Tasten. In der dritten Zeile wählen wir auf die gleiche Art Float aus und in der vierten Zeile Math Print. Vereinfacht gesagt bewirken die Einstellungen, dass alles so angezeigt wird, wie wir uns das gewöhnt sind. Weitere Infos zu den Einstellungen findet ihr in der Bedienungsanleitung des Taschenrechners. Jetzt können wir mit den Clear-Tasten die Einstellungen verlassen und damit sind wir für das Lösen der Aufgabe bereit. Wir tippen den Zähler genau so ein, wie er in der Aufgabe steht. Sobald wir Enter drückt, erscheint das Resultat. Achtet darauf, dass ihr für das Minus beim Hoch Minus 2 nicht die Normal Minus Tasten, sondern die Negationstasten verwenden müsst. Auch den Nenner tippen wir so ein, wie er in der Aufgabe steht. Auch hier wieder nicht die Normal Minus Tasten, sondern die Negationstasten verwenden. Um den Gesamtbruch zu berechnen, können wir einfach mit den Pfeiltasten die zwei oberen Resultate holen und dividieren. Weitere Aufgaben findet ihr auf www.bruck.ch 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 www.bruck.ch